Die Leuphana hat eine klare Vision, eine Universität für die Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts humanistisch nachhaltig handlungsorientiert. Wenn wir den Blick auf das Studium richten, so ist der Bachelor einer, der auf Bildung durch Wissenschaft zielt. Die Studierenden erfahren und erleben ein gemeinsames Curriculum, was für ein Drittel des Studiums zählt und anschließend Haupt- und Nebenfach. Also vielfältige Spezialisierungen, die immer eingebettet sind in eine gemeinsame, ganzheitliche Bildungsidee. Man könnte auch von einer Trias sprechen, Wissensbildung, Berufsbildung, Lebensbildung. Und wir haben für die Lehre eine Organisationsform gewählt, die eine gute Studienerfahrung ermöglicht. Also eine Studienerfahrung, die einen fachlichen Perspektivenwechsel ermöglicht. Andere Formate als die Standards von Vorlesungen, Übung und Seminar in den Lehrveranstaltungen. Und vor allem auch das Lernen von Studierenden untereinander stimulieren kann. Beziehungsweise es ermöglicht, dass Angebote von Mentoringprogramm bis Schreibwerkstatt, von Lehrwerkstatt bis Methodenzentrum das Studium bereichern. Und damit jeweils interessante Bildungswege ermöglichen. Bildungswege, die eben diesem Ziel Persönlichkeitswertung durch Bildung Rechnung tragen. Und dafür haben wir die organisatorische Grundlage gelegt. Das ist ein großer Paradigmenwechsel, weil damit ist die Universität Studierenden zentriert. Das Studium als die Hauptaufgabe der Universität, dessen Voraussetzung die Forschung ist. Nicht umgekehrt das Studium als Appendix der Forschungsaktivitäten. Die Geisteswissenschaften sind Interpretationswissenschaften. Das heißt, sie helfen uns, die Welt zu erkennen und hinter die Dinge zu sehen oder das Wesentliche oder das Wesen der Dinge zu erkennen. Und damit schaffen sie die Voraussetzungen, damit Managementaktivitäten überhaupt wirksam werden können in einer komplexen Welt, in einer globalisierten Welt. Geisteswissenschaften sind also eine Systematik, eine Grundlage und ein Zugang zur Welt. Denn jede Geisteswissenschaft zeichnet sich nicht nur durch ihren Inhalt, sondern auch durch ihre Methode aus. Wir sehen, dass in der Schweiz die Matura-Quote ist von 12% auf etwa 20% im Schweizer Durchschnitt gestiegen. Wir sehen, dass die Abiturquote in Deutschland von etwa 20-25% in den letzten 20 Jahren auf 40% und mehr gestiegen ist. Das heißt, prinzipiell dürfen wir sehr dankbar sein als Universitäten, dass so viele junge Menschen sich dem Studium stellen wollen und es in Angriff nehmen. Und damit wird es Aufgabe der Universitäten, auch für diejenigen, die noch nicht die Bildungsvoraussetzungen mitbringen können, aus Familienhintergrund oder aufgrund der Qualität der Schule, ihnen ein solches Angebot zu machen, dass sie in der Universität das nachholen können und damit ähnliche Lebensgestaltungschancen haben wie Personen, die das auch ohne ein derartig qualifiziertes universitäres Angebot könnten. Die Aufgabe der Universität ist also eine in zweierlei Hinsicht. Zum einen eine Berufsausbildung und Vorbereitung für Tätigkeiten, aber vor allem eine Bildungsaufgabe. Das ist das, was ich als Lebensbildung vorhin bezeichnet habe. Die Nützlichkeitserwägungen sind heute an vielen Stellen wahnsinnig dominant. Dadurch, dass ich unter 10 Zahnpasst das auswählen kann, werde ich trainiert zu gucken, wo ist das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten beziehungsweise wird meine Erwartung am weitesten erfüllt. Und ein so ökonomistisches, instrumentalistisches Denken, übertragen auf andere Lebensbereiche, stellt uns vor Probleme. Weil wir nicht mehr das Investieren, also das Sich-Bilden als den Prozess selbst betrachten, sondern nur noch dessen formalisiertes Ergebnis. Und dieser Schritt zu erkennen, dass die persönliche Entwicklung durch das Handeln entsteht. Das heißt, die Entwicklung der Person ist nicht etwas, was neben mir steht, um das ich mich kümmere, sondern es ist etwas, das ich tue. Durch mein Denken und Handeln entwickelt sich meine Person, finde ich, meine Ausdrucksform. Und die Sensibilität dafür zu schaffen und Kontexte zu schaffen, in denen Studierende handeln können, wie es im Format der Startwoche ist, wie es in Gruppenarbeiten ist, wie es in Einzelprojekten zum Vorschein kommen kann, wie es in eigenen Arbeiten schriftlich zum Ausdruck kommt, das ist Aufgabe eines Studiums. Wesentlich ist immer dieselbe Situation durch Handeln an sich arbeiten können und dies in Bezug setzen zu früheren, zu Theorien und zu praktischen Ergebnissen.